Wir haben die Startnummer 14, Michael Komp, Bodybuilding EV Waldorf, Startnummer 15, Florian Kozmala Eastside Fitness Braunschwein, Startnummer 16, Alex Neufeld, Iron Gear Gym Warendorf, Startnummer 17, Luis Schulzki Transformer Gym Pitcher, Startnummer 20, Matthäus Broll, Flops Fitness Gießen, Startnummer 73, Tobias Löllmann Race Fitness Kirsten. Doppel-Pinzeps Bitte auf einer Linke bleiben, Leute Platissimus Seidige Brustpose Rückenwertung Doppel-Pinzeps Rückenwertung Und drehen! Drehen! Und drehen! Und drehen! Genau! Beine, Beine zusammen, hinten parallel, ganz rechts draußen Seidige Trizeps Bauch nach vorne anspannen Hinten Feuer! Jawohl! Kipp nach vorne! 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 Achtung! Aufwand, Alex! Lachen! Lachen! Startnummer 17 bitte! 71, das ist genau! Das ganze ein bisschen nach rechts rüberschicken! Die Seiten drüberschicken! Das ist ein bisschen rüberschicken! Dann bewegt sich keiner! So raus! So raus! Bisschen Platz machen zwischen euch! Bisschen Platz machen! Jetzt passt es ja! Doppelbizeps! Doppelbizeps! Lachen! Lachissimus! Und komm! Klapp von vorne! Warte! Schön! Super! Seit die Brust! Seit die Brust! Schönen Applaus! Jawohl! Warte! Doppelbizeps! Rücken an sich! Achtung! Und? Und drehe dich! Drehe! Und drehe dich! Jawohl! Jawohl! Seit die Dritte! Hau von vorne! Hintzes Bein nach hinten genau! Und Luft raus! Und drehen! Von vorne! Komm bei hinten! Und seine Beine! Komm bei hinten! Komm bei hinten! Beine! 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 Vielen Dank mit angemeldet! Påstange! Wenn Sie mit einem geglauben, ich ja Jetzt haben wir die schweren Jungs New York Bolle gelegt